Musik Jetzt haben wir gerade gesehen, wie ich meine Ukulele auspackt habe und die Ukulele wird bei der Christmas Celebration am 24.12. zum Einsatz kommen. Der Johannes, ich und der Timo, wir machen der Worship-Dat. Wir anfangen dort das Ganze um 10 Uhr. Und wir sind alle herzlich hier, Clara. Also ich für die ganze Familie, ihr könnt alle kochen. Bis zur Christmas Celebration. Wen es interessiert und wer noch gerne weitere Infos zum ICF haben will, der findet unten eine kleine Info drüber und Links. Und zum YouTube-Channel für ICF kann er, wenn er auf meinen Finger klickt. Das ist toll, das ist toll, das ist toll. Ich bin mal bei mir, wo ich bin. Wo ich bin. Wo ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020